so battle of a highlight mit meinem koppel spectre runde 2 wie wir uns alle recht erinnern so die das geguckt haben bei den ersten part das ist die zweite zunde für spectre von den drei runden ich erkläre nochmal vielleicht ganz kurz die regeln so wenn werde ich highlight krieg ich ein punkt für mich mit spektreiter der punkt für sich wird ein random highlight ist unentschieden naja ist eigentlich eine simple regel was heißt eine regel sind wo ich bin runtergefallen oh leu ich hab's drauf geschaffen das war doch nicht immer so irgendwie erst seit dem drei gegen drei gehört also seitdem dass das gibt so da habe ich das erst gehört so muss der hand und man das schießt auf mich ich habe keine ahnung oder keine holz sind und ich habe ihn vor mir hat dann tot ins auge geblickt ok schon belastend als oft damit war ich auch highlight das war doch es war witzig kommt egal ich habe das hier durch mir fehlt das aber ich mach da leider ich habe keinen schuss von dir gehört was los alter ich habe kein gehör ich wollte gehockt das geht nicht gut aus als scheiße man freue mich sie die war begebe mich gerade in geschützstellung da kann man anfangen an zu sitzen kommt doch mit dem hoch und ich darf mir so scheiße ich habe den halbisten ich habe den noch gar nicht gesehen oder ich habe gesehen wie du nicht weil ich was dagegen unternehmen kann alter ja sagen ja mütterchen rosten der scheiße wir haben kein support oder kann ich nicht sagen ja spielen hat das geht nicht klar das ist das ist so einfach alter das ist scheiße wer bin ich ich bringe mich gleich selbst um alter ich wollte gehen gehen nehmen warst du langsam digga die chen in der base die chen in der base beziehungsweise einer chillt in der base ich hab's gesehen einer chillt in der base er ist afk major grad hab ihn das war der junkwit der junkwit war afk ok ok wo sind die er gibt mir one shot hier ist unten rein ja ich glaube ihr habt eine relativ schlechte chance ich glaube das wird ein unentschieden muss er sagen mein aim mit ihr ist ja wie man da ein karakterisch ist schlecht außer mit senja das ist ohne scheiße ich habe mit senja das beste aim der welt alter teilweise hat der roten schlecht mit seinem hagen hat er das ist wirklich so wenn ich senja das spielne mein aim ist einfach hardcore oder mit jankwit wenn ich mit jankwit wenn ich mit weißt du unsere letzte runde hat mich so gelehrt so wenn ich senja das spiel zu rot auch einfach nur weil du weißt so dass ich einfach wo ist easy player für gegenwägen könnte so das hat mich das gelehrt und du hast es mir noch wie ich wollte wissen sagen weil der junge nächster macht wie es zu puisern rinde so eine schweden schwedes eines schweden wenn du schwede spielst ne dann liefert ich hier alle paar bauteile mit die es immer gibt nein nein meine sphäre hat sich gerettet alter meine sphäre hat sich gerettet junge und das ist jetzt wirklich so immer wenn ich ich lade auf alle und dann ist einfach kein gegner der gank wird das afk geh rein oder ich hole mir noch ein erstes zu einer was das okay what the fuck aber ich glaube nicht dass einer von uns beiden das macht hier das rennen scheiße gewesen ja das okay so kann es sein dass du bei dem video aber bei dem bei der zweiten folge wo wir eine bildung team hatten so effekte zugefügt hast ich müsste das noch mal gucken um das genau zu fissen halte weil ich sitze in der bundesfahrzeuge mit einer aufnahme legen hatte ich habe einfach nur ein alter was die sie macht die highlight ich bin gerade über die grenze hinaus geflogen alter das ist echt ätzend jetzt wird ultimate gekontert alter jetzt wird richtig hart gekontert mein jung scheiß drauf was die anderen haben ich will wir wollen diese metra tot sehen alter weil die brennt aber auch so und die hat mich wieder am haken ich habe diese metra wunderbar ja mercy warte mal wie heißt sie mercy ach nee ich dachte gerade ganz kurz dass wir ein kumpel von mir alter als dinge das wäre also hätte er toll gezockt dann würde es vom level sogar wirklich hin passen so und dann der anfangsname rap da ist einfach gleich wer das jetzt gewesen der muss sich doch auch denken so scheiße so wenn ich mit einem anderen spieler so und ich mache ernst so denn also wenn ich sehen würde dass er das ist dann würde er wissen so scheiße jetzt macht er ernst dann würde würde ich aber auch sagen so verschont den verschont den verschont ich bin dort ich habe einfach 0 momentan alter das ist es ist einfach ja du bist du bist das letzte das trifft ja ich bin nur ehrlich uhr so mit schweiß zau so dass das schlimmste problem ist schon mal weg es gewöhnungsbedürftig kein lucio mehr an der seite zu haben ne ich bin auch von einer getrennt hier wie die gehört oh gott das war recht nicht so weit nein die heilen sich schon wieder das war recht nicht so cool die holt einzusetzen alter was genau deswegen oh komm schon alter und ändert sie echt nur revived alter ich bin stark wie der russische bär die gewaltläufen gerade mit uns ab alter war warum funstert gerade nicht ich will meine noten aufladen hier alle der hand so leckt alter der hand so leckt alter der hand so leckt richtig hart alter teilweise der hand so leckt alter ist das schlimme so der leckt wirklich scheiße hier leckt gerade alle mein internet kackt gerade ab dann kommt so ein internet darf jetzt nicht abkacken alter ja egal was wir machen es definitiv ist die metro highlight ja das ist alter was man auch noch mit schadensboost ne alter ja hast du meine ender mit schadensboost erlebt alter digga das geht ab der der ender mit schadensboost ne macht mit einem schuss wenn sie beim gegner trifft ne macht so 125 schaden ich kann ich kann ich kann die schild geben jetzt wieder ok also ich weiß nicht so also highlight technisch sieht für uns echt scheiße aus so wie jetzt ich fange aufzunehmen und wer hätte es gedacht drei gegen drei den ganzen maps zur auswahl dass wir da halt mal wieder landen ja selten ne ja es gibt nur einen wahren charakter den ich spinnen kann um hier highlight zu werden jetzt kommts 2 damage dealer juckt uns nicht 3 damage dealer 3 damage dealer das wird schlimm enden mal gucken ich kann mich ja teilweise heilen so aber auch nur teilweise ist das problem ja mei tracer ja mei ist bei mir oben alter mei ist hin oh oh gott oh gott oh gott ok sombra ist auf jeden fall weg glaube ich ok die schwecken die schwecken die schwecken die schwecken die schwecken ich war so gut ich wollte mir sagen bist du echt gestorben alter ja ich hab mir nicht mal zurück teleportieren und mich zu heilen und ich war durch kind bei 24 hd und tracer hat mich verfolgt ok ich kann jedoch kein reaper spielen ich hab's erkannt 3 gegen 3 ist nicht wie quickplay ok aber ich glaub ihn ahahahahaha alter komm das spiel highlightern kann ich sarja machen ahja den hässlichen skin welchen von jetzt hier dem festival das ist es ich finde es einfach viel zu bunt da war sie mehr allerdings ja ich hab's gesehen dass jeder ich wollte schießen aber haus mir doch unter das hallo mercy hi tracer da kommen du hast der highlight alter die ganze alter ohne scheiße ich spiel das overwatch seit einer woche erst mal wieder alter das ist total schlimm ich glaub ja es ist total schlimm aber du spielst rawtalk man das ist das ist das ist wie real life hacking wie keine ahnung man es ist halt ich hab' den scheiß tot ins auge tracer du brauchst noch 15 oder 5 leben ich will sie wenn ich sie wenn ich sie sehen dass ich meine hoch und stört dann instant ding ist sie könnte es überall auf der map sein deswegen öffne ich jetzt geschenke komm lass' den unentschieden machen oder lass' die erne einfach arbeiten so ich kann nicht mehr aufhören scheiße man das geht es geht geht nicht gut aus man hat oder hat sie sie ok ja ich weiß ist doch gut wir helfen doch schon ich hab sie gesehen sie ist hinten ja ne unser spawns und ich bin oben und warte auf die oh mein gott ich habe habe sie ganz kurz gesehen ich weiß was ist lol wie lange wir das rausgezögert haben ey ok ähm ich weiß nicht ich weiß nicht mal lass mich mal ein versuch kriegen so ich habe mir das spray ich weiß nicht wie ich es bekommen habe so ich habe es einfach mal ich weiß nicht welchen ja beide nicht ach ich finde den ich drin habe eigentlich ganz süß so ja bei mail ist einfach hinten der arsch einfach total krass hart so oder das ist noch so ich würde mich mit youtube stellen ich habe mich zu flüchten ich habe es mitgekriegt alter der killfeed hat mir verraten so weil der killfeed einfach leer war was soll ich denn gegen eine dreckige movie vermachen im nacken bin ich ja eher der am arsch ist und auch ein soldier hinzu oh shit 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 die gegner der hell hat dank mir hast du das geschafft weil er auf mich fokussiert war alter alle diese soldier unsere enna solo fack ich habe es gar nicht mitgekriegt aber ich habe es gesehen ich war ja gerade ich war und zeig mich dann entfernt ok es waren die helix granaten scheiße man man was stimmt nicht mit mir ok oberwatch hat es mir jetzt beigebracht du musst dein spray übermalen oberwatch hat es mir jetzt beigebracht dass es nur eine akzeptable lösung gibt für diesen modus ja du gehst immer auf distance der der mich jetzt sehen kann ja natürlich so du bist sein tod alter roadtok ist der meiste tod so für der tod für die meisten leute oh gott ihr seht doch nicht echt so nicht die hoch oder na oh guck die hook ist broken ja die ist nicht broken die ist repaired alter die ist jetzt normal ja für mich ist sie kaputt ja für dich komm er geht auf ohnehin die der herzen jetzt rechne damit dann wäre er broken gewesen das ding ist wenn er kann oh mein gott du hattest ihn alter ja hast du auch gesehen ne ja das war das ist dieses neue line of side also das haben sie also das line of side macht den hook echt broken so also echt schlecht allerdings haben sie das halt dann gesagt so ja wir gleichen das jetzt aus indem wir einfach ihn näher ranhauen so der roadtok näher ran zieht so und es gibt nur eine wahre lösung für battle of the highlight ne es gibt bloß den seinen jahr hat was meint ich da ist ein bro bei ohne der fix wäre es diese gegangen mein schüler sorry me the game you little dirty mother fucker with out is skin es ist ein genji ohne ein skin alter welchen level 263 oder kind also vielleicht ist es der metallic wir wissen es nicht aber ich würde ich kein deutsch drauf setzen so oh mein gott die haben eine shit die haben eine fahrer alter mal fach ich wollte gerade heil ob geben alter egal ich habe ich habe die damit gerissen okay wenigstens ist einer tot gehe ich habe mein heil ob damit haben wir schon mal ein vorteil gerade weil ich sie dann mein heil ob auch sehr gut sehr gut fuck kng uh oh ja sie wusste es ja sie wusste es ja ich bin da ja ich wusste es mit zehn jahr da bin ich gegen eine fahrer machtlos alter das ist es zu hart draufgegangen da hätte ich ja felder vom himmel gucken können der ding ist also ich habe mich auch ich wollte noch mein heil ob gehen überhaupt irgendwie so ganz ganz leicht dezent verkackt als runter gesprungen bist weißt du man muss ja auch noch bedenken zum thema highlight ne und da war ich schon so kurz vor der knopf zu drücken und dann dachte ich mir so ach nee das zimmer hat er nicht geht aber habe ich nur umhaken ja ich habe mein es ist glücklich punkte wo sind die spawn camper da ne 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 ah lau ich hab nochmal es ist gegeben haha bitch ja man kann nicht mehr kreis drücken bis zum geht nicht mehr ja man kann nicht mehr richtig tee baggen ach komm ich lasse random entscheiden ich bin sage ja was ist das für das team kombi alter sario soldier weil ich würde sagen niemals im team ohne heiler spielen man jetzt viel zu hart ich habe von zwei granaten einfach schon eine 60er aufladung gekriegt wieso bist du gestorben weil der gänse so gedacht er müsste ein bisschen aufgemogen er kann so hansos last survivor aber er hat auch schon angehendet von mir er hat nach hälfte nein er ist nicht da drin ich sage ja gegen hansu alter ich fress ein streufeil ich fress seine holt er hat angst der denkt dass sie ihm bescheiße scoob priviert mother fucker ein röscher ich will mal gucken was passiert wenn ich schaffe ich es ihnen zu überzeugen so dass ich nett bin er will auf nummer sicher gehen sonst bin ich etwas seltsam so weißt du was und unterschied kommst du ihn voll nah ne schon da und das obwohl ich tank bin dafür hat er hatte den verteilt ein junge hier fiktiv war doch was sie friedensbund gebrochen alter du arsch mann oder ohne scheiß ne ich hab mir echt überlegt ich hab ich hab ihn gekriegt ich hab ihn gekriegt alter einfach ja mach ich ja wohl kommen der schitz 3 zu 0 man ist ja unfair aber ohne scheiß man damit hat eben hat keiner gerechnet man dass ich das was dieser last hit noch echt geht alter ich bin stolz auf mich alter das war hart sowas